Hallo und herzlich willkommen bei der Registrierung bei unserer neuen Laufplattform RentBöUns. Zunächst öffne bitte deinen Browser das Internet entweder Chrome, Safari, Firefox oder sonstigen Browser und tipp in die Suchleiste oben www.rentböuns.at ein. Nun gelangst du auf die Webseite. Jetzt kannst du auf den grünen Button links Konto erstellen klicken und dort gibst du alle deine Daten ein. Ein kleiner Tipp, bitte verwende genau die gleichen Daten wie bei Microsoft Teams oder den anderen Microsoft 365 Applikationen. Verwende auch das gleiche Passwort. Kleiner Tipp. Wenn du das gemacht hast, kannst du unten bitte noch die Nutzungsbedingungen akzeptieren, das erste graue Kästchen und wenn du einen Newsletter haben möchtest, aktivierst du das zweite Kästchen. Nun klickst du bitte auf den blauen Button registrieren. Jetzt kommt eine Meldung, dass du einen Bestätigungscode benötigst. Dieser wurde auf die angegebene E-Mail Adresse geschickt. In meinem Fall auf meine angegebene Outlook Adresse, dem Dienst Mail Programm von Microsoft 365. Hast du das App noch nicht auf deinem Handy, lade es dir herunter. Nennt sich Outlook. Auch hier kannst du dich mit deinen Zugangsdaten von Microsoft Teams anmelden. Öffne das E-Mail Programm. Und nun aufgepasst. Leider wird das E-Mail nicht wie hier in den Posteingang hineingeworfen, sondern das E-Mail kommt in den Junk Ordner oder Spam Ordner. Zu diesem gelangst du, wenn du auf dein Bild oben links klickst, runterscrollst und dann auf Junk klickst. Hier das erste Mail, mail-at-software-werkstatt.at Da bekommst du den Code. Diesen langen Code, auf den klickst du jetzt einmal lang drauf. Dann erscheint der blaue Balken. Den ziehst du rüber, bis alles markiert ist und drückst nachher auf Kopieren. Diesen Code kannst du nun im Browser wieder dort eingeben, wo er gefragt wird. Hast du das erledigt, klickst du auf Absenden und deine Anmeldung gelangt in die Direktion, wo sie freigegeben werden muss. Dies kann ungefähr einen Tag dauern. Danke fürs Mitmachen und viel Spaß bei den Challenges. Das war's.